hallo meine lieben willkommen zurück zu einer weiteren folge ein mann allein im wald auf der insel versucht zu überleben ich habe eine idee was wir heute machen können und zwar würde ich gern die karte und die kompass holen und im einzelplayer gibt es eine möglichkeit wie man das schnell machen kann und zwar dass es geht glaube ich also multiplayer jetzt nicht habe ich schon probiert kann man im einzelplayer sich einfach von den eingeborenen umhauen lassen und sich entführen lassen dann wird man nämlich genau in der insel in der höhle wo karte und kompass ist abgelehnt abgeliefert denkt man an der decke so ein bisschen und das habe ich heute vor das heißt wir suchen uns heute ein paar eingeborene machen ein bisschen stress im lager und holen uns karte und kompass und ein bisschen stuff also das hier kann ich den essen kann ich nicht ich sag euch jetzt wo ich das so sage werden wir keine hippies finden oh was haben wir denn hier weil ich erst mal keine bauen topf habe ich schon money medikamente sind voll money noch mehr money so oh gott ist der wind laut ja wie im echten leben was habe ich jetzt aufgenommen äh leuchtpacken okay wie viele habe ich jetzt 30 ich glaube mehr geht auch nicht oh blaubeeren ne doch nicht doch nicht doch nicht erst mal ein schluck kaffee während der hier schwimmt lecker 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 ich bin am überlegen ob wir die story machen sollen oder ob wir einfach nur äh einfach nur surviveln weil es gibt ja auch noch einen haufen items in den höhlen die man sich sammeln kann es gibt jetzt nicht nur karte kompass gibt auch noch andere zum beispiel verbesserten bogen und sowas paar waffen und so weiter und so fort aber wir suchen uns jetzt erstmal ein paar eingeborene hier ist ein gebetsbaum oder was das sein soll hier ist ein gebetsbaum oder was das sein soll jetzt wo ich das machen will finde ich keine hippies hippies wo sind die hippies hallo da ist meine base da will ich aber nicht hin wenn ich mich nicht täuschen müssten wir ganz in der nähe der jacht sein ne sind wir nicht ich hab mich getäuscht hm das ist doof wo seid ihr freaks kommt raus hm und ihr seht dass ich so komisch laufe da bin ich gerade einen schluck kaffee am trinken so lecker 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 ich und mein kaffee boah noch mehr koffer guck mal diese tennisbälle habe ich in der welt mit tennisbällen erwischt oder was batterien sind super ab临 ab und dann neben gehackt Ja, ja, blöder Vogel. Wo sind die Hippies? Sonst sind die immer hier unterwegs. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Ringeblume ein. Oh, ich kann nicht mehr sammeln. Ich werde immer was rumlaufen, aber das sind Tierchen. Jetzt ist ein Topf hier da. Ich wäre blöde. Blaubeeren geben Wasser, Energie und Nahrung. Jetzt sind wir in der Nähe von der Yacht. Ich glaube, in der Nähe von der Yacht war, glaube ich, ein Dorf. Wenn ich mich nicht täusche. So, da ist die Yacht. Gehen wir mal hier lang. Hier irgendwo muss ein Dorf sein. Noch ein Pilz. Da drüben, genau. Aber ich glaube, da sind keine Eingeborenen. Oder was es ist. Oder Kannibalen oder was auch immer. Okay, das war nicht gut. Immer nur Energy Regal jetzt. Jetzt ist aber hier gut. Doch. Überall verbrannte. Ich weiß gerade, welche gehört. Oh, ein Geisterkoffer. Jo. Ich kann jetzt nicht ans Handy. Oh, Klamotten. Was sind das für eins? Überall Arme. Hier sind sie. Ey, Hippies. Lass mich jetzt mal umhauen. Die entführen mich jetzt. Nice. Doch noch gefunden. Ich dachte, das wird wieder eine Umlauffolge. So. Oh mein Gott, ich hänge an deiner Decke. Bäm. Da bin ich. Ich bin in einer Höhle. Hier hinten ist der Höhleneingang. Boah, ist das laut. Da ist jetzt hier, Karte. Aber die muss ich noch erkunden. Hier ist Kompass. Oh, ich habe kaum Energie. Ich werde aber nicht weiter reingehen. Wird eigentlich nur Karte Kompass. Höhle mal, wie viele Flaschen liegen hier? Drei. Oh, ich kann aber, glaube ich, nur fünf Mollys bauen oder so. Nee, doch nicht. Ich kann doch mehr bauen. Man kann den Alkohol auch trinken, aber ich würde es nicht empfehlen. Hast du Geld? Mit einem Money. So, dann klettern wir mal hoch. Ich werde mir die Höhle mal markieren für später. Da werden wir, glaube ich, zuerst reingehen. So, Licht kann aus. Nicht Karte. Überlebenshandbuch brauche ich. Äh, warte mal, wo war das denn? War das hier? Ach, das sind die Falben. Komm mal. Ich wette mal durch. Ja. Ja. Äh, ja, lass ich gelb. Wie weit bin ich denn jetzt von meiner Base entfernt? Wo ist meine Base? Dahinten. Aber hier waren wir schon mal. Diese Tennisbälle. Ja, da machen wir uns mal auf Richtung... Base. Gucken wir mal, ob das Fleisch auch schon getrocknet ist. Es sei denn, die Hippies haben es geklaut. Das kann natürlich auch sein. Wir waren jetzt der Speer. Aber ich glaube, jetzt habe ich das Problem, dass ich ab jetzt auch die Hippies am Arsch habe. Und die mich ständig ärgern werden. Das heißt, ich muss gucken, dass ich echt einen Platz finde, wo ich sicher bauen kann, dass sie nicht immer da sind. Hier ist auch eine Höhle, glaube ich. Ach, ist ja ganz in der Nähe hier gewesen. Wir hätten nur weiterlaufen müssen. Naja, egal. Egal. Aber ich wollte es dir mal zeigen. Also im Einzelplayer kann man sich einfach umhauen lassen und... Easy peasy. Das ist der Karte Kompass. Wusste ich doch. Egal. So. Also ich würde das jetzt alles ungern rausschneiden, so wenn ich hier so marschiere. Weil es kann ja sein, dass mal was passiert. Und man findet ja auch immer unterwegs ein bisschen was. Normalerweise. Gut. Dann muss ich sowieso mal gucken. Ich habe ja auch die App mit der Karte. Hier ist auch noch eine Höhle. Ähm. Da ist nämlich eingezeichnet. Mit den, äh... Mit den Plätzen, wo die Höhlen sind und alles. Ah, hier. Homebase. Das Fleisch ist auch schon trocken. Nice. Passt ja. Ich guck, ne? Wie viel Seile ging nicht? Ich glaube aber... Okay, hier sind Totems, ne? Ich habe hier doch Totems gesehen. Irgendwo... Irgendwo... Wenn ich mich nicht täusche... Hier sind die Totems aufgebaut. Da. Werde ich mir einen sicheren... Platz suchen. Liegt aber, glaube ich, daran, dass hier eine Höhle ist. Und hier ist ein Baum. Achso, ich kann nicht mehr machen. Okay. Gut. Werde ich mal gucken, wo wir das nächste Mal... Ähm... Eine kleine Homebase bauen. Können wir mal sehen. Und irgendwann... Muss ich ein bisschen equippen. Stuff sammeln und so weiter für Höhlen... Erforschung. Hab ich denn... Ich hab nur... Ja, ich hab nur Schädel. Ah. Gut. Nun würde ich sagen... Ah. Jetzt richte den Vogel nicht. Wurde ich sagen, dann war es das für heute. Und... Was wir beim nächsten Mal machen... Ob ich es schaffe, bis dahin ein bisschen was vorzubereiten... Das erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin... Guten Durst. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss.